Ich weiß für ihn, ist aber die Art und Weise, dass man bei Fußballspielen, dass man quasi systematisch hat, dass die Franzosen überwunden haben, mit Frauen, mit Frauen, mit Frauen, mit Frauen, mit Frauen, mit Frauen zu sein, wird das? Das sollte nicht die Zukunft sein, weil man sich in der Stornaht nachdenkt. Also Leute, die im Glück von der Schule, weil sie dabei haben, die so viel an der Schule haben, und die Schule haben, und wir haben jetzt gesagt, das war ein Fußballspiel, was wir gesehen haben, um die E-Mannschaft in der Schule zu machen, und das ist ja immer so ein bisschen, dass wir alle da wollen, dass man in Chelsea verloren hat. ... ... Vielen Dank.